Aber ich hatte echt nicht in Erinnerung, dass er so langsam läuft. Was? Verdammt, hat er eiskalt meinen Weg gekreuzt. Nee, 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 nee. Wow. Dann machen wir das. Aber hier... Hä? Okay, ich dachte, man konnte die hier auch kaputt machen. Hm, dann war das anscheinend nur in einem Dungeon. Oder war es bei denen? Ja. Ich glaube, hier gab es noch kein Geheimnis. Äh, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. Nee. Ja, ich habe ja schon eine Lampe. Nehme ich die auch mal. Okay, war es andersrum? Hoppala. Hat die das gerade gesagt? Bestimmt. Egal. Ach ja, stimmt, das war ja mit diesen komischen Mäusen, die aussehen, als ob sie fliegen würden. Ich glaube, nur eine von denen hat den Schlüssel, kann das sein? Na, ich mache mal Licht an. Oh, da gab es hier noch keinen Schlüssel. Oh, da gab es hier noch keinen Schlüssel. hoch, da gab es hier noch keinen Schlüssel. Oh, fast. Okay, hat nichts gebracht. So, hier mach ich mal lieber an. So, schön Leben mitnehmen. Rubin lässt er endlich fallen. Ach, Arschloch. Äh, kamen jetzt auch wieder ganz viele Leute auf mich zu. Ach, Leute, sage ich. Schlangen. Ach, Fledermäuse. Stimmt, die gab's ja auch noch. So, hier links, bestimmt ein Herz. Oh, interessant. Der hat mir kein Herz abgezogen, obwohl er mich getroffen hat. Genau, läuft alle mein Schwert rein. Oh, ich dachte wirklich, er springt, ach, springt nach rechts, er läuft nach rechts. Naja, hat er mich ausgetrickst. Okay, hier war gar nix drin. So, schön. Ah, verdammt. Schön alles mitnehmen. Wobei wir nämlich irgendwann wirklich zu wenig Rubine haben. Okay, hier ist nix. Ah, komm schon. Nein! Ah, okay. Hier war er links, bestimmt. Ja, natürlich. Der letzte hatte ihn. So. Ah, Bomben. Die kriegen wir doch erst viel, viel später, oder? Bin mir gar nicht mehr sicher. Oder muss man die kaufen? Auf jeden Fall müssen wir uns merken, hier dann nochmal hinzukommen. Ich meine nämlich, hier wäre ein Herzcontainer gewesen. Also merken wir uns hier, Bomben. Hier finde ich schon irgendwie witzig, dass der Hintergrund grün ist. Äh, zumal musst du einen der Hebel ziehen. Oh, oh, oh. Jetzt hoffentlich war es der. Gott sei Dank. Ich glaube nicht, wenn du, wenn man links macht, kommen ganz viele Schlangen runter. Komm, ich will dich aber jetzt schon kaputt machen. Yeah, Rubin. So, 102 haben wir schon mal. Ich glaube, ach, kann man nicht zu Beginn nur 300 Münzen tragen? War das nicht so? Ja, ihr seid in Sicherheit. Juhu. Aha. Was plant. Er droht mit den Worten. Lass das Seegut brechen. Aha. Oh, mein Dunkelmacht steckt hinter des Eintaten. Eine Waffe ist, mhm, das sagenhafte Masterschwert. Ach stimmt, es geht ja jetzt nicht sofort in die Dungeons los, sondern wir müssen erst mit dem Dorfelsen sprechen. Ach ja, stimmt. Bei dem Zelda war es ja auch so, man muss ja, oder allgemein bei Zelda, man muss ja die Drohnen immer von vorne öffnen. Nicht so wie bei Spielen wie Lufia 2 zum Beispiel, wo man die auch von der Seite öffnen kann. Wobei ich da auch hoffe, dass das noch für die Wirtel-Konsol rauskommt. Ich liebe dieses Spiel einfach. Dauert zwar verdammt lang, aber egal. So, Dorfelsen ist genau da links. Ach, verdammt. Nein! Arschloch! Weg! Rubine mitsammeln. Dafür brauchen wir später wirklich viele. Fallen auf jetzt, wie einfach mal so eine Wache aus dem Busch rauskommt. Ach ja, das war ein Min. Okay. Ja, eine Fee. Super. Jetzt habe ich natürlich kein Netz und kein Glas, um die zu fangen. Oh, noch eine. Hey, super. Egal. Ich war mir nicht mehr sicher, aber ich meine, hier rechts war unter eins von denen zwei Dingern. Ist es hier oder hier? Oh. Okay, ich dachte, unter eins von denen meinte ich noch irgendwie ein Loch in Erinnerung zu haben. Dann war das bestimmt oben unter den Steinen. So, bevor ich jetzt auszusehen das Licht verballere. Äh, die Energie, meine ich. Nichts drin, das gibt es noch nicht. Oh, dass man wirklich genau davor stehen muss. Genau, machen wir einfach mal die Schilder kaputt. So, warst du die Dorfälzte? So traurig, nicht mehr gesehen, nach Opfern suchen, das Master-Shirt. Erinnern kann, sollst du. Ja, ja, im Wald. Boah, verdammt. Ich weiß jetzt auch nicht mal mehr, wo der Dorfälzt ist. Oh Gott, wo ist er denn? Ist er schon im Wald gewesen? Ne, es kann nicht sein. Im Wald geht man später erst wirklich hin. War der hier unten? Ich glaube, hier unten war nur dieses Rätsel. Oder? Was sagst du nochmal? Tastikrelles Licht über alles. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie ging das jetzt nochmal? Ich glaube nämlich, wenn man eins falsch macht oder so, kann man das nicht mehr resetten. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Okay, eins von denen muss man runter machen. Den runter links, dann könnte man das schon mal machen. Dann müsste man den runter machen. Ne, wenn ich den runter mache. Okay, ich versuche es mal. Ich bin mir gerade absolut nicht mehr sicher, wie der ging. Ich glaube nicht, jetzt kann ich das noch so machen. Das so. Das so. Dann kann ich den hier machen. Den... Ah ja, doch, klappt. Und den hier. So, da oben sehen wir auch wieder mal für Bomben. Also schon zwei Stellen für Bomben. Boah, wo kriegt man nochmal die Bomben her? Ich bin mir absolut nicht sicher. Ich meine wirklich, man müsste die kaufen beim ersten Mal. Oho. Hm, sollen wir schon mal eine Flasche nehmen? Ja komm, nehmen wir die schon mal. Sonst vergesse ich das bestimmt nachher. Ach. Stimmt, ja. Äh. Äh. Scheiß Biene. Gibt's noch nicht, dass hier so wenig drin ist. So, alles schon mitnehmen. Höh. Schön, dass ich die alle nicht mitnehme. Egal. So, wo war der denn? Frag schon. Ah ja, den kann ich später erst fangen. Was? Ich hab die gar nicht entführt. Wer lügt denn hier? Ach stimmt, der Rest war auch. Kann ich schon drei stellen? Oh mein Gott. Wir brauchen so viele Bomben. Ja komm, laufen weg. Äh, ich darf's noch nicht mehr machen. Ach ja, genau. Doch, stimmt. Jetzt weiß ich wieder. Okay. Er ist hier rechts nämlich. Da, beim ersten Dungeon schon. Stimmt, 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 stimmt. Was war hier drin? Ah, seht ihr? Bomben. Schön. Darf man die Bomben also doch Dreck mitnehmen? Geile Sache. Dann geh ich doch direkt mal hier hin. Ja, hat es sich doch gelohnt, direkt zu viele Rubine zu holen. Ja. Huhn, wenn du im Weg bist. Was ist hier drin? Oh, zehn Pfeile schon direkt. Schön, wir haben noch keinen Bogen, aber wir haben schon zehn Pfeile. So, wo war denn noch? Äh, beim Dieb oben. Gehen wir doch mal schnell da hin. Oh, hier links war auch was. Okay. Boah, ich erinnere mich an nur noch so wenige Sachen, das ist richtig schlimm. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was da mehr drin ist. Ich glaube, da ist natürlich mal was Tolles drin. Ich glaube, 50 Rubinen oder so. Und was war's? Oh, doch ein Herzcontainer. Äh, ein Herzteil. Stimmt, ist ja kein Container. Du hast das auch nochmal hier rechts angezeigt. Ja, perfekt. Also ich versuche keinen 100% Run zu machen.